Hallo meine Lieben, toll dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch zu dieser Folge von Lunaris liest. Und diesmal gibt es wieder ein Hörspiel in Zusammenarbeit mit Hörtalk.de. Das heißt, es ist nicht monetarisiert, denn alle Menschen, die hier mitgewirkt haben, haben das ehrenamtlich und mit viel Herzblut getan. Es geht um eine neue Folge von Geschichten aus Absurdien. Es ist die Folge 1001, Besuch aus dem Orient, geschrieben hat sie Stefan Fabri und damit wünsche ich euch viel Spaß. Geschichten aus Absurdien Folge 1001 Besuch aus dem Orient Ein Kurzhörspiel von Stefan Fabri für Hörtalk In Schloss Scheffel auf dem Hohen Scheffelberg herrschte ungewohnte Betriebsamkeit. Und das, obwohl der Spätsommer noch einmal sehr heiß geworden war. Dennoch ließ es sich die Gräfin Klokün ja nicht nehmen, täglich im Obstgarten, im Schatten eines üppigen Pflaumenbaums zu sitzen und zu malen. Nach anfänglichen Protesten hatte sie nämlich schließlich zugestimmt, dass ihre Bediensteten einige ihrer Bilder auf dem Wochenmarkt im Dörfchen Fassheim zum Verkauf feil bieten dürften. Sie selbst verließ Scheffel nur höchst selten. Und so standen also abwechselnd der alte Butler Monokophan aus Bajurien und die Patente-Zofe Liliane Lobelich mitten im fröhlichen Treiben am Fuße des Scheffelbergs und präsentierten Klokünjas Stillleben von Äpfeln und kuscheligen Katzen. Woran genau es lag, dass Bilder überwiegend dann verkauft wurden, wenn Liliane sie anbot, wollen wir aus Gründen der Gendergerechtigkeit nicht weiter erforschen. Es genügt uns zu wissen, dass Bilder verkauft wurden. Und nicht einmal wenige. Meist erwarben die weiblichen Marktbesucher Katzenbilder, während die Herren Gemälde mit feindrapiertem Obst bevorzugten. Letzte Ripp pflegten Liliane bei dieser Gelegenheit gern zu fragen, warum sie nicht ebenfalls auf diesen Bildern drapiert sei. Aber auch dem werden wir zur Wahrung von Form und Anstand nicht weiter nachgehen. Denn im Ergebnis ist nur wichtig, dass dadurch eine Schieflage der gräflichen Finanzen bereinigt werden und man weiterhin frische Milch für den Schlosskater Tomoffel kaufen konnte. So verbrachte man also friedliche Tage. Bis an einem wolkenlosen, sommerlichen Nachmittag ein unerwarteter Besuch unsere Schlossbewohner plötzlich eine Zeit lang ordentlich aus dem Takt brachte. Gräfin Glokünia! Irognaden, Gräfin Glokünia! Oh Gott, was sollen wir bloß tun? Ja, ganz einfach? Mich nicht stören? Hatte ich das nicht deutlich gesagt? Ich muss mich konzentrieren. Dieses Pfeilchen für den Bildhintergrund hat besonders schöne pinkfarbene Blüten. Ja, aber es stehen Leute draußen. Ja, und? Sind nicht immer irgendwelche Leute irgendwo draußen? Was geht uns das an? Normalerweise nichts. Doch diese stehen vor dem Schlosstor, Irognaden. Sehr komische Leute. Und sie haben um Einlass gebeten. Wir haben das Tor wieder zugemacht und Monokofan wartet unten auf Irobefehl. Sehr gut. Wenn es keine Lieferanten sind, sage Monokofan, er soll sie zum Teufel jagen. Wir geben nichts für Bettler und fahrendes Volk. Ähm, sie sehen aber gar nicht wie Bettler aus, sondern eher fremdländisch, aber irgendwie edel. Ach, fremdländisch. Aha. Ein Grund mehr, das Tor nicht wieder zu öffnen. Wie meinst du das denn überhaupt, Liliane? Nun, es sind vier dunkelhäutige Männer, die gemeinsam eine Sänfte tragen. Und daneben steht ein weiterer, sehr groß gewachsener Mann mit schwarzem Bart und einem Gesicht wie aus Bronze. Alle haben seltsame Tücher um den Kopf gewickelt und lange, bunt verzierte Gewänder, die fast bis zum Boden reichen. Ach, dann sind es Artisten vom Wanderzirkus. Ist Direktor Zeck zweckfrei mit seiner Menagerie wieder ins Dorf zurückgekehrt? Nein, ich kenne doch die Zirkusleute. Diese hier habe ich aber nie zuvor erblickt. Der Bronzemann hat gesagt, sein hoher Herr begehre die Gräfin zu sprechen. Also sie, ihre Gnaden. Uns gab er keine weitere Auskunft, außer dass es außerordentlich wichtig sei. Hä, sein hoher Herr? Das heißt, es gibt noch einen sechsten Kerl da draußen? Ja, in der Sänfte. Offensichtlich jemand mit adligem Blut. Sonst würden ihnen wohl keine vier Diener den Scheffelberg hinauftragen. Aber wir haben ihn nicht sehen können. Äh, adelig? Ihr wollt mir aber nicht hinterrücks einen Heiratskandidaten ins Haus bringen? Das Thema hatten wir ein für alle Mal erledigt. Nein, natürlich nicht. Obwohl wir nicht wissen können, was dieser Fremde wirklich möchte, solange... Und eine Unterbringung in Scheffel kommt ebenfalls nicht in Frage. Ich weiß, Erognaden, ich weiß. Wir vermieten keine Zimmer. Aber was sollen wir denn jetzt tun? Wenn es wirklich wichtig ist? Vielleicht ist es ja ein großer Kunsthändler von ganz weit her. Wollen wir den wirklich wegschicken? Liliane Lobelich hatte recht. Solange man nicht genauer wusste, warum jemand aus höheren Kreisen so dringend die Gräfin zu sprechen wünschte, wäre es leichtsinnig gewesen, die fremden Besucher von vornherein zu ignorieren. So kam man überein, den Unbekannten aus der Sänfte zu empfangen. Allerdings ohne Sänfte. Und ohne seine Träger. Als höchstes Maß des Entgegenkommens gestattete Clocunia, dass der großgewachsene, bärtige Diener seinen Herrn begleiten möge. Die Gräfin ließ den Wartenden durch Monokophon ausrichten, sich noch ein paar wenige Minuten zu gedulden. Und begab sich so dann mit Liliane in ihr Kaminzimmer, um rasch Holundersirup und etwas Gebäck auftischen zu lassen, damit man auf den mysteriösen Besuch gut vorbereitet war. Ich lasse bitten. Bitte sehr, die Herren, die gnädige Gräfin Clocunia von Scheffel zu Scheffelberg, zu ihrer huldvollen Verfügung. Der herrliche Maharaja Keks, Fürst von Lünistan, wir sind tausend und eine Nacht und tausend und einen Tag unermüdlich gereist, um Sie, Hoheit Gräfin Clocunia, nunmehr zu grüßen und Ihnen für die Gnade Ihres Empfangs zu danken. Oh, bitte, der Hohe Herr. Nehmen Sie doch freundlichs Platz, Iro, äh, Maha... Äh, hier, wenn es angenehm ist. Ein Maharaja? Äh, haben die alle ein mächtig blau geschlagenes Auge? Und wie in aller Welt spricht man ein Maharaja höflich an? Keine Ahnung. Oh, Maharaja, keine Ahnung, Keks. Es ist mir wirklich eine große Ehre, eure Bekanntschaft machen zu dürfen. Verehrte Gräfin, Exzellenz genügt völlig. Wir sind euch zutiefst zu Dank verpflichtet, dass ihr euch die Zeit nehmt. Dies hier ist mein erster Diener und meine rechte Hand, Aladin Lorendin. Er hat mich auf der gesamten langen Reise aus dem fernen Osten treu begleitet. Es waren natürlich nicht tausend und ein Tage und Nächte. Das sagt er nur immer. Aber dennoch lange genug. Ob einer eurer Sklaven wohl so freundlich sein möchte, ihm in den Wirtschaftsräumen eine kleine Erfrischung zukommen zu lassen, während wir sprechen? Wo sind hier Sklaven? Was für ein schöner Mann. Aber gerne. Die hübsche Sklaven spricht wahr. Solche Komplimente höre ich oft. Es muss wirklich etwas an mir sein. Ähm, ich bin nicht. Ich meinte eigentlich nicht. Egal. Kommen Sie. Schö. Lieber Herr Lorendin, wir gehen in die Küche. Vielleicht ist sogar noch eine bajurische Brezel übrig. Nun, ähm, Exzellenz Keks. Was darf ich euch anbieten? Einen, äh, Keks? Ihr müsst sehr ausgezehrt sein, wenn ihr einen so langen Weg aus dem Orient hierher gemacht habt. Ich habe auch meinen besten selbstgemachten Holundersirup auftischen lassen. Später können wir vielleicht ein gebratenes Huhn speisen und dazu köstliche Mehlgürstchen. Ein geheimes Familienrezept. Verehrte Gräfin, danke. Aber ich brauche im Moment nichts. Und ich werde eure wertvolle Gastfreundschaft auch nicht lange beanspruchen. Hoffe ich. Denn wir sind eigentlich nur auf der Durchreise. Allerdings muss ich euch um Hilfe bitten. Äh, Hilfe? Sind Sie denn überfallen worden? Äh, gab es unterwegs einen Kampf? Und euer blaues Auge, falls es kein, Verzeihung, Stammesabzeichen ist, sieht ganz danach aus. Nun, ein Stammesabzeichen, wie ihr es zu nennen beliebt, ist es nicht, verehrteste. Aber ich gebe zu, dass mein etwas derangiertes Aussehen durchaus etwas mit meinem Hilfegesuch zu tun hat. Denn unsere kleine Delegation, die vor ihrem Schloss stand, ist nur ein Teil meines Reisezuges. Ach, ich nehme mir übrigens einen Sirup, wenn Sie gestatten. Natürlich. Es ist ein sehr heißer Sommer, doch im Schloss ist es wirklich erfrischend kühl. Ja, danke. Wir halten unsere Fenster überwiegend geschlossen. Nun, sagen Sie aber doch, was ist denn geschehen? Wo sind eure übrigen Begleiter, Exzellenz? Nun, es ist etwas unangenehm. Unangenehm. Meine drei Frauen und unser Kutscher befinden sich nämlich in Gewahrsam, in diesem kleinen Dorf, das hier unten liegt. Ebenso wurde unsere Reisekutsche beschlagnahmt. Drei Frauen? Äh, Gewahrsam? Beschlagnahmt? Hm, sagt Exzellenz Maharaja Keks. Wie kann das denn zugehen? Mir ist nicht bekannt, dass die Bewohner unseres friedlichen Dörfchens Fassheim Straßenräuber wären. Es ist ein bisschen anders. Lasst mich erklären, Verehrtester. Natürlich sind wir nicht ohne ausreichende Mittel aus Lünistan aufgebrochen. Wo immer die freundlichen Menschen in den Landen, die wir durchquerten, unseren Trost kontrollierten und ein gutes Anrecht auf einen Wegezoll hatten, haben wir diesen selbstverständlich beglichen. Nun wäre noch euer schönes Absödien zu passieren gewesen, als das Unglück geschah. Nämlich? Wir hatten gerade die Zollstation von Fassheim erreicht, als ein, nun sagen wir, ungewöhnlich rustikaler Mensch, der örtlichen Behörde im Rahmen einer Reiseerlaubniskontrolle erschien. Ich glaube, er nannte sich Grand Grusam. Oh, wenn Iro Exzellenz gnädigst verzeihen, hieß der Mann grumpgräulich? Oh ja, richtig, grumpgräulich. Eine Art Operaufseher? Ach, das ist unser Durftbüttel. Er versteht überhaupt keinen Spaß und überprüft alles und jeden, solange er nüchtern ist. Ich selbst bin dem Kerker einige Male nur um Haaresbreite entgangen. Tatsächlich? Nun ja. Aber wie weiter, Exzellenzkeks? Hat er euch belästigt? Einen unbotenmäßigen Preis für den Passierschein verlangt? Äh, nein. Er hat den normalen Durchreisezoll erhoben. Und? Ähm, wir hatten ihn nicht. Äh, hatten ihn nicht? Wie kann das sein, wenn ihr doch ausreichend Mittel mitnahmt? Oh, das taten wir. Aber wir waren auf der vorangegangenen Etappe bestohlen worden. Tausend Tontöpfe. Leider. Meine zwei Mameluken, die als Begleitschutz mitritten, sind mit der Goldkassette durchgebrannt. Sie hatten schnelle Pferde, wir nur noch das Kutschgespann. Es wäre sinnlos gewesen, sie zu verfolgen. Das ist ja schlimm. Unangenehm, in der Tat. Um zum Ziel unserer Reise zu gelangen, dem Fürstentum Anrychika, wo ich meine vierte Frau in Empfang zu nehmen gedenke, müssen wir nämlich nur noch eine einzige Grenze überqueren. Vier Frauen? Und in Anrychika, wo wir bereits mit großer Aufatmung von meiner edlen zukünftigen erwartet werden, nachdem sie sich kürzlich vom Burgherrn Windfried trennte, könnte man uns selbstverständlich mit ausreichend neuem Gold versorgen. Das ließen wir auch diesen Büttel wissen. Aber? Aber er lachte meinen ersten Diener aus und wollte nichts davon wissen. Daraufhin stieg ich aus der Sänfte, um diesen Grobian selbst ordentlich zurechtzuweisen. Und? Nun, er ließ sich nicht im geringsten davon beeindrucken. Ja, ich sehe es. Dafür hat er bei euch einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Ein Skandal! Aber ihr wart doch viel mehr Leute. Schon. Doch meine Träger trugen die Sänfte und der Kutscher muss stets auf dem Kutschbock bleiben, damit das Gespann mit dem Harem nicht durchgeht. Und euer großer, starker Diener? Halladin? Er ist hoffnungslos pazifistisch. Daheim betreibt er immer nur Scheinkämpfe, kämpft aber niemals in Wirklichkeit. Dennoch wollte er mir natürlich zur Hilfe eilen. Doch ein heftiger Schlag auf die Rippen durch diesen grausamen Gräulich trieb auch ihn zurück. Oh nein, wie überaus unfreundlich. Und was geschah dann? Nichts, was mich jetzt noch überraschen würde. Und was geschah dann? So war es in der Tat geschehen, dass der Dorfbüttel Grumb-Gräulich von Fassheim die gesamte Reisegesellschaft des Maharaja-Keks, beziehungsweise das, was nach der Flucht der zwei Wachen noch von dieser übrig war, schlichtweg verhaftet und ihr buchstäblich eindrücklich klargemacht hatte, dass sie ohne Bezahlung keine Erlaubnis für ihre Weiterfahrt erhalten würden. Da die Gesellschaft aber nachweislich ihrer gesamten Barschaft beraubt worden war und der Kerker von Fassheim für vier Träger, einen Kutscher, einen ersten Diener, drei edle Haremsdamen sowie den orientalischen Fürsten definitiv zu klein gewesen wäre, man brauchte das Verlies normalerweise nur, um ab und zu einen betrunkenen Fassheimer Bauern auszunüchtern, kam es nach langer, zäher Verhandlung zu einem Kompromiss. Kutscher und Damen waren als Pfand in Gräulichs Obhut verblieben. Dem Maharaja, dessen rechte Gesichtshälfte inzwischen eine blau-violette Farbe angenommen hatte, was ihm besser stand, als man denken würde, ward hingegen gestattet, sich in Begleitung seines Dieners zum Schloss Scheffel tragen zu lassen. Denn dort, so die allgemeine Hoffnung, würde er Gehör finden und womöglich einen Kredit erhalten, der für die Weiterfahrt ausreichte. Deshalb also hatte der edle Keks dem Schloss Scheffel seinen Besuch abgestattet. Und darf ich nun, verehrte Gräfin, angesichts dieser schrecklichen Malaise auf eure gnädigste Unterstützung rechnen? Ein paar wenige Goldtaler würden uns schon in die Lage versetzen, den gewünschten Passierschein zu erwerben, sodass wir unbehelligt nach Anruchiker weiterziehen könnten. Also, eigentlich haben wir gerade erst selbst... Eure Exzellenz, mein Butler weist zwar zu Recht darauf hin, dass auch unsere Finanzen nicht gerade zum Besten stehen. Die Zeiten sind schwierig. Aber angesichts eurer unzweifelhaft ehrenvollen Mission will ich mich dem Ansinnen nun dennoch nicht verschließen. Die Gräfin! Ich wagte kaum darauf zu hoffen. Schöner Alain. Ich hoffe, du bist nun erfrischt und versorgt. Ihre Gnaden und Herr Exzellenz, wir sind zurück. Was kann... Ja, das sehe ich. Ich habe soeben entschieden, dass wir Exzellenz Maharaja Keks mit einem kleinen Kredit aus seiner schwierigen Lage helfen werden, damit seine zukünftige nächste Frau nicht umsonst in Anruchika auf ihn warten muss. Was mich für alle Zeit und ewig zu eurem dankbarsten und treuesten Untertanen macht, hochverehrteste, wunderbare Gräfin Klokünja. Ach, was sage ich denn? Ich möchte meinen Dank noch viel tiefgreifender zum Ausdruck bringen. Angesichts eures hultvollen und großzügigsten Entgegenkommens zögere ich nicht, euch hier und auf der Stelle meine fürstliche Hand zu bieten und euch ebenfalls zu ehrlichen. Was? Oh Gott, Ihre Gnaden! Wir versichern, dass wir nichts dergleichen... Augenblick, Augenblick, ehrlichen? Exzellenz Keks, gewährt mir einen Moment, mich zu fassen. Jederzeit, natürlich jederzeit. Ihr wollt sagen, dass ihr mich heiraten würdet? Fünf Frauen... Nun, ich muss zugeben, dass mich das außerordentlich ehrt, Exzellenz. Außerordentlich. Aber ich muss den Antrag ablehnen. Es ist nichts Persönliches, aber ich fürchte, die diplomatischen Verwicklungen mit dem Nachbarland an Rüchika, zu denen eine solche Konstellation führen würde, müssen wir meiden. Ihr erhaltet die notwendigen Gelder für euren Passierschein, auch ohne, dass wir uns vermählen. Nun, ich akzeptiere, zwar mit zutiefstem Bedauern, aber hochachtungsvoll, jedwede eurer gnädigen Entscheidungen, verehrte Gräfin. Und es wäre in der Kutsche vielleicht auch etwas eng geworden. Aber vielleicht könnten wir Aladin, ähm, Herrn Lorendin, hier behalten, bis der Kredit zurückgezahlt ist. Ja? Nur als Sicherheit. Er hat sich so auf die Mehlwürstchen gefreut. Nein, wer sonst soll denn die Reisegesellschaft noch beschützen? Dieser Pazifist? Ja, besser als nichts. Einen kraftvollen Eindruck macht er ja immerhin. Nein, es ist beschlossen. Wir gewähren Exzellenz-Maharadscha-Keks auf treu und glauben den Kredit, mit dem der Passierschein bezahlt werden kann. Monoko-Fan, bitte hole das nötige Gold. Und nun möchte ich mich gerne zurückziehen. Ich bin etwas erschöpft. Es war doch ein sehr anstrengender Besuch. Außerdem muss ich noch ein pinkfarbenes Pfeilchen zu Ende malen. Das Bild liegt schon viel zu lange unfertig herum. Mit dieser Lösung waren alle mehr als zufrieden. Die diplomatischen Verwicklungen mit dem Nachbarland an Rüchika waren gerade noch einmal umgangen worden. Und dem Maharadscha blieb es erspart, gleich fünf Frauen unterhalten zu müssen. Liliane bedauerte es zwar sehr, dass man Aladin nicht bis zur Rückzahlung des Kredits zur Sicherheit im Schloss behalten hatte. Denn sie hätte es sich natürlich nicht nehmen lassen, persönlich seine gebrochenen Ritten zu pflegen. Aber das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert. Nachdem die Delegation samt Maharadscha das Schloss Scheffel mit den nötigen Goldtalern verlassen hatte, kehrte dort also langsam wieder Ruhe ein. Doch dieser Überraschungsbesuch aus dem Orient würde allen noch lange in Erinnerung bleiben. Wie man aus gut unterrichteten Kreisen übrigens hört, soll der Fürst aus Lünistan seine Schulden tatsächlich beglichen haben. Das war Geschichten aus Absürdien Folge 1001 Besuch aus dem Orient Eine Kurzkomödie von Stefan Fabri Es sprachen Gräfin Klukünja von Scheffel zu Scheffelberg Anja Klukas Maharadscha Keks Andreas Strohmeier Liliane Lobelich Janine Koch Monokofan aus Bajurien Volker Lüdecke Aladin Lorendin Vlasto Pejic Erzählerin Christine Helmecke Intro und Credits Verena Wilhelmi Lektorat Sascha Kubat Idee Skript Musik und Schnitt Stefan Fabri Sounds von freesound.org und eigene Cover Anja Klukas Dieses Hörspiel entstand im Rahmen der 37. Shorty Challenge auf hörtalk.de Es steht unter Creative Commons 4.0 Lizenz wurden noch 1-800-7ss liegt Das ist es freightkmen onte kirich dass er die sie ist Vielen Dank.